jo leute was geht ich probiere jetzt schon das dritte mal aufzunehmen aber irgendwie hängt sich fortnite die ganze zeit bei mir auf ich kann nicht auf mein spinnen drücken gar nichts also ich kann schon drauf drücken aber jetzt nicht auf die skins direkt eingehen zumindest nicht lange drauf bleiben weil vorhin ist mir das zum beispiel bei der spitzhack hängen geblieben mit dem ladebildschirm 14 neue tänze habe ich ja mit dem battle pass direkt geholt leute also hier 25 stufen oder quatsch 32 sogar hier haben wir auf jeden fall ein krasses schild und sonst hier bälle tänze alles mögliche aber der krasseste ist immer noch der letzte leute ganz durch den mal zu dem heftiger endstufe ist heftig gönnt ihn euch leute wir gehen jetzt mal ganz schnell in eine lobby rein weil sonst wird es nichts mehr heute die map hat auf jeden fall eine wüste bekommen habe ich schon gesehen sieht auf jeden fall ziemlich nice aus es gibt jetzt auch ein auto man kann golf spielen man kann alles mögliche zu mir in fortnite machen und wir join direkt in der lobby rein nice heftig heftig ich hoffe ihr seid auch so gehypt und freut euch auf das video so ladebildschirm da haben wir die büste wüste er fliegen direkt drüber direkt runter und alles abchecken hier ist auch der neue skin leute die pump wurde auch verbessert das ist richtig heftig nice aus leute dass dies ja komplett überwachsen hier lazy links hier hinten ist auch was jetzt erstmal nur auf die wüste eingehen rest könnt ihr euch wahrscheinlich selber dann ansehen weil sonst ist es auch nicht mehr so cool ist selber anzuschauen wo gehen wir da am besten hin ich würde sagen wir gehen einfach übungen wohin das sieht schon heftig aus leute ne kleine neue stadt haben wir auf jeden fall auch paradise und ich würde ganz gerne das auto finden heftig keine waffe das warst du mal wieder komplett direkt pushen gehen spiel wie sie wird es richtig ein guter ort dafür alles genaunt abgenommen was war das jetzt und wo kamst du jetzt aber hier ist auf jeden fall die map leute schaut euch das selber an ist glaube ich bisschen spannender würde sagen gehen wir noch ganz kurz zu dem battle pass bevor es das spiel wie sie bei mir aufhängt so ladebildschirm so level 5 spinnt mal ganz kurz hier hin das ist auf jeden fall der neue ist auch ganz nice aus was haben wir hier für ladebildschirme jetzt gehen wir mal auf die tänze ein das ist mein ball nein das ist auch ein ball okay das sind nicht nur denn tänze okay okay nichts besonderes leute jetzt noch mal zum battle pass hier neue hänge gleiter heftig was haben wir hier neue skin das schild habe ich schon gezeigt richtig geil aus das haben wir noch der skin sieht auch ziemlich nice aus ein brot okay ey klo rollen leute heftig hier war noch ein skin nice und der tanz ich würde sagen das war es mit dem video leute wenn es euch gefallen hat lasst ein like da wenn nicht dann nicht ich würde sagen wir sehen uns heute abend ciao